hey leute und wir kommen mal wieder zu einem nennen zwar pick up folge beziehungsweise die ps5 muss gefüttert werden ja in den letzten zeit kam ja wie gesagt nicht viel einfach aus dem grund auf meiner arbeit tut sich momentan sehr viel das tue ich deswegen tue ich mich auch ein bisschen schwer mich am pc zu setzen und halt videos zu produzieren gerade die let's place und so was ich meine klar für den einen oder anderen wird das sein hier ja das ist doch nicht viel aufwand aber erstens mal die lust und zeit haben ist immer so eine sache aber ihr kennt es ja mittlerweile kommendes wochenende ist ja schließlich langes wochenende da werde ich halt gucken dass ich irgendwas vorbereitet und das dann auch dementsprechend hochlade weil wir wollen ja mit faible langsam mal fertig werden damit die nächsten let's plays anfangen können ja aber worum geht es in diesem video natürlich um neue spiele in der zeit wo nix kam also an spieleneuheiten für mich es ist zwar hin und wieder mal was eingetrudelt aber es war jetzt nicht so viel dass ich jetzt sagte hier ja komm machst jetzt ein video drüber jetzt wiederum hat sich also meines wissens nach lohnt es sich jetzt ja wie gesagt ist eigentlich von jedem was dabei wir haben 361 360 spiel ein xbox classic spiel und dann paar ps4 spiele ps5 spiele ein switch spiel und ps1 spiel sogar ps2 haben wir nicht sorry für die beleuchtung das ist halt da hinten ja ich hätte das rollo mal unter machen sollen aber egal ihr kennt das ja vorbereitung ist bei mir nicht wirklich so eine sache so fangen wir mal an als allererstes habe ich mir das gekauft aber auch nur aus dem grund es war nicht unbedingt mein genre aber es ist einfach wieder mal so ein ding so ein spiel was man auf der konsole nicht erwartet hat und außerdem haben die mich da auch ein bisschen gelockt weil wer das irgendwie kurz nach release ich glaube ein zwei monate oder sogar ein bisschen länger gekauft hat oder bestellt hat wie auch immer hat nämlich glaube noch so zusatz die jetzt sie gleich mit dazu bekommen ob das jetzt dabei ist weiß ich jetzt nicht unbedingt aber damit haben die mich schon ein bisschen gelockt ich habe auch die tests angeschaut und muss sagen es hat relativ gute bewertungen bekommen nur leider haben hat da ubisoft gesagt ja sie werden erst mal keine weiteren dlcs dafür also die großen dlcs dafür veröffentlichen ich denke mal wenn sich das gut verkauft hat oder noch wird wird da vielleicht noch was kommen obwohl ich in store geschaut habe und einige dlcs irgendwie mit drin sind aber ich kenne mich mit der serie überhaupt nicht aus ich weiß dass sie existiert ich weiß dass die relativ schwierig ist muss ich sagen daher ja anu 1800 ich meine ihr seht es jetzt nicht so krass aber naja ich kann nicht viel zu dem spiel leider sagen da das nicht mein genre eigentlich entspricht aber ich wollte es unbedingt haben weil für konsole und konsole import und dann auch noch relativ gute bewertungen musste ich einfach zuschlagen so als nächstes haben wir mein aller aller erstes ps5 spiel was ich mir vorbestellt habe sogar gab es sogar noch ein steelbook dazu das habe ich aber auch schon in den schrank getan daher ja resident evil 4 brauche ich ja nichts sagen ich habe schon in den ein oder anderen stream ja schließlich auch das spiel sehr groß gelobt ja ich wollte es eigentlich also ich bin noch dabei es noch ein paar mal durchzuspielen also ich habe es einmal durch ich bin in den zweiten durchgang gerade auf dem weg zur burg aber ich habe das auch schon zeit ich habe einen monat nicht mehr angefasst ich warte darauf bis der er die ziehe raus ist um mich da ganz einfach mal wieder ja bock zu haben das spiel werde ich auf jeden fall vorbereiten für späteren stream auf profi ich werde es vielleicht auch erst mal vorab auf profi versuchen durchzuspielen bei resi 3 ist mir das nicht möglich weil nemesis lässt sich einfach nicht triggern der kommt zwar nur an bestimmten punkten aber ne resi 3 remake ist für mich nicht wirklich spielbar es sei denn ich tue stunden investieren aber ne als nächstes haben wir weil es runter gesetzt war habe ich mitgenommen sniper lead ghost warrior 3 scheinbar mit allen dlc's habe es auch noch nicht gespielt weil sonst ja komme ich gar nichts mehr irgendwas zum durchzocken jetzt haben wir ein switch spiel das habe ich mir wo ich meine wieder eine stadt war habe ich das gesehen und ich musste es einfach mitnehmen ich wollte ich habe es schon mal vor was ich anfangen des jahres oder ende des jahres gesehen und dann habe ich es doch liegen lassen aber ich habe es jetzt wieder gesehen und dann habe ich es mitgenommen und zwar handelt sich um story of season pioneer of olive town keine ahnung in der deluxe edition es sind ein paar karten dabei ein poster das spiel natürlich und ein notizbuch das bleibt natürlich alles schön drin ob ich das jeweils spielen werde keine ahnung ich meine so harvest moon und sowas ja das ist dann auch wieder so ein ding das wäre es mal für ein stream am besten als für ein let's play finde ich aber abwarten was noch in die zukunft bringt als nächstes haben wir ulong fallen dynasty damit haben die ja noch einiges vor sobald ich gelesen habe das ist ein so it's like spiel muss man dazu sagen ich habe es als let's play geschaut bei jemandem es schien mir auch nicht sonderlich lang das spiel also ja und da ist es auch also nicht verwunderlich dass die eben halt die ecs dafür noch raus ballern werden bis ende des jahres haben die das nämlich vor ich weiß nicht ob da jetzt story elemente rein kommen aber wenn sie die story jetzt nicht weiter führen da wo jetzt ulong eigentlich geendet hat dann kann ich mir vorstellen dass sie da auf jeden fall einen zweiten teil machen werden weil man hat gegen jetzt sind ich eine vision gezeigt bekommen was so gesagt noch passieren wird und ich war am ende schon sehr überrascht was wer dieser charakter ist also das da haben die mich auf jeden fall gekriegt und das hat mich dann auch verleitet das spiel zu kaufen ob ich es jemals durchzocken werde war ich zu bezweifeln ich habe noch nicht mal dark souls 1 durch ich wollte mir sogar demon souls für die ps5 holen aber das ist ja abnormal teuer obwohl das auch schon zeitrelease der ps5 draußen ist 74 euro ist mir da auch ein bisschen zu viel ist ich meine es ist ein wunderschönes spiel also von der grafik her und ich habe das original nie gespielt aber das ist mir dann auch ein bisschen zu teuer als nächstes haben wir das war auch runter gesetzt deswegen habe ich mitgenommen und zwar die die ultimate edition von far cry 6 mit natürlich allen DLCs und natürlich ist dazu auch noch wie man es hier sehen kann da unten far cry blood dragon als spiel mit dabei das freut mich sehr werden wir vielleicht mal einen stream spielen ich denke mal das ist ja ich habe ich habe far cry blood dragon damals auf der ps3 durch gespielt und finde es auch nicht so lang ja also das wäre dann auch so ein spiel was vermutlich innerhalb von zwei bis drei streams dann auch durch wäre und dann hätte man ja ein spiel durch ja als nächstes haben wir sniper ghost warrior contracts wenn ich das richtig lese 2 teil 1 habe ich ja schon habe ich euch in den vorherigen videos irgendwo man irgendwann mal gezeigt gibt es natürlich auch für die ps4 aber ich wollte es heute für die ps5 haben wie gesagt kann dazu nichts sagen auch kein let's play dazu geschaut also als nächstes haben wir da werde ich aber vorher ab nochmal reingucken ob sich das zum stream lohnt wenn das so in richtung sag mal wenn das so ein kampagnen modus hat werden wir das wahrscheinlich auch mal in einen stream zocken und zwar handelt sich um je zu sie zu squat whatever das habe ich auch schon mal für die ps4 gesehen und wo ich das letzte mal dann unterwegs war habe ich das dann auch noch für die ps5 gesehen und also die spiele die ich jetzt für die ps4 kaufen wollte aber auch für die ps5 gibt werde ich mir natürlich die ps5 version holen ist ja klar soll so eine art brawler sein habe ich mir von arbeitskollegen sagen lassen einfach mal reinschauen so als nächstes haben wir samurai warrior 4 2 ist sowas ähnliches sage ich jetzt mal extreme legends ich weiß nur dass eigentlichen eigentlichen sinne dieser character hier vorne der hier dem vordergrund sieht neu dazugekommen ist so viel sollte jetzt auch nicht neu sein aber das werden wir in stream sehen wenn es natürlich gewotet wird als nächstes haben wir ein spiel was ich schon auf steam besitze aber ich habe das mal auf der ps5 gespielt ich muss auch sagen es ist schon etwas hakelig andererseits ist das spiel auch sehr kompliziert es kommt von den paradox heißt das studio die sind ja dafür bekannt sehr schwere ich sag mal simulation spiele zu machen und aber ich habe das gesehen als konsolenport muss ich das einfach mitnehmen also vielleicht habe ich das glück und mit der zeit immer wenn ich mal reinschaue dass ich dann eben halt stückchen für stückchen weiterkomme und mich dann irgendwie dann doch richtig in dieses spiel verliere dass ich dann sagen kann wir werden das mal streamen aber jetzt fühle ich mich noch nicht dazu bereich das jeweils zu streamen also bei aller liebe es gibt ja kanäle auf youtube die sich auf solche spiele rauf und runter spielen und die haben auch meinen höchsten respekt dazu weil einfach diese spiele sehr umfangreich sind und zwar handelt sich um crusader kings 3 ende des jahres kommt ja auch noch ein anderes spiel raus das heißt humankind aber das ähnelt dann auch sehr stark civilization also das könnten wir dann getrost spielen aber hier dass das noch nicht als nächstes haben wir das habe ich schon für die ps2 brauche ich auch nicht viel sagen und zwar handelt sich um wario orashi 2 habe ich schon für die ps2 ich wollte aber noch mal für die 360 haben ich habe auch eine kampagne schon durch gespielt muss aber auch dazu sagen auf der 360 die es hat extrem viele framerate einbrüche muss ich sagen dass da läuft das wirklich auf der ps2 so viel besser flüssiger und man hat nicht wirklich so krass viele framerate einbrüche auf der ps2 das hätte ich bei der xbox gar nicht zugetraut ganz ehrlich ich habe das spiel auch noch die also installiert muss ich dazu sagen damit es halt besser läuft und habe nach die ecs guckt gibt es keine patch runter geladen und trotzdem hat sich da nichts getan schade wirklich wirklich schade also ich mag die war wario orashi spiele obwohl es nach teil 2 nur noch in englischer mit also japanischer sprachausgabe und englischen texten gibt ja 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 als nächstes haben wir das habe ich mir auch aber auch nur gekauft das habe ich auch auf der ps2 muss ich sagen aber auf der xbox hat das zwei oder drei neue level und glaube ich auch neue items die man vor einer mission mitnehmen kann und zwar handelt sich um tenchu return from darkness das ist einfach diese eigentlich dieses ps2 spiel irgendwas mit heaven im name also das eigentliche tenchu 3 musste das sein und wie gesagt diese xbox version die hat zwei oder drei neue level paar neue gegner ich meine das kann man heute nicht mehr aber man konnte dieses spiel sogar in multiplayer durchspielen ich weiß jetzt nicht ob das auf so ausgewählte missionen hin ist oder dass man die kampagne zu zweit durchspielen konnte weiß ich nicht kann ich dazu nichts sagen ja ich werde mal also laut liste her ist das leider nicht auf der xbox von abwärts kompatibel aber wer weiß ich werde das vielleicht irgendwann mal reinschieben vielleicht läuft das ja dann kann ich die ps2 videos davon löschen und dann werden wir das als let's play mal irgendwann mal weiterführen und zwar in auch noch in hd und so was ihr wisst das ja so wo jetzt haben wir samurai warrior 4 habe ich zwar auch schon auf der ps3 aber wie gesagt noch mal die ps4 version brauche ich nicht viel sagen ist wie die ps2 warrior und das gibt es ja zu genüge auf meinem kanal so nun haben wir ein weiteres ps5 spiel und zwar ein spin off der yakuza reihe in anführungsstrichen und zwar like a dragon ich schien es hat mich einfach von von den setting her mit den samurai ist und so es hat mich einfach gekriegt ich habe aber noch nicht reingeschaut ne also ich bin da wenn dann schon voreingenommen reingehen ohne dass ich was weiß weil das ist dann auch schon so ein spiel wo ich mich dann glaube ich schon sehr verlieren werde ich meine der vorgänger like dragon wo man halt nicht diesen charakter der vorne abgebildet war ich weiß jetzt nicht wie er heißt sondern man spielt einen anderen charakter in den vorgänger mit diesen dragon quest gameplay hat mich auch sehr gecatcht irgendwie aber noch nicht durchgespielt so als nächstes haben wir snapperlied 5 das habe ich mir einfach deswegen geholt nicht nur weil es runter gesetzt war sondern das hat wenn man es online stellt kann irgendjemand der online beitreten und muss dann versuchen mich zu töten und sowas das kann man bei hand und blood zum beispiel die haben dann extra video gemacht oder bei alte vier games fand ich interessant der einzige teil ist für die ps2 den ich habe und für die 360 wo man in afrika unterwegs ist also ich weiß dass der zweite teil von sniper lied noch mal glaube für die ps4 raus kam habe ich nicht dem vorgänger davon habe ich die leider auch nicht weil den hatte der laden nicht sonst hätte ich ihn auch noch mitgenommen ja als nächstes ein spiel was noch relativ frisch auf dem markt ist würde ich mal sagen star wars jedi survivor da will ich aber erst mal den ersten teil durch spielen bevor ich mich daran wage aber man hört nur positives ausgenommen von der wie sage ich jetzt am besten von der performance des spiels da muss noch einiges gepatcht werden habe ich gehört es kam vor kurzem auch ein sieben gigabyte patch ob da nämlich das meiste beseitigt worden ist keine ahnung das einzige was ich aber auch noch mitgekriegt habe ist nämlich es gibt nur noch ein deluxe dlc dass man halt neue klamotten kriegt glaube ich und glaube noch ein lichtschwert kristall oder dass man das lichtschwert anpassen kann dass nach irgendwie diese dinge man kauft aber irgendwie dann doch nicht im spiel drin sind keine ahnung da habe ich irgendwas gelesen bin mir aber nicht sicher vielleicht wisst ihr da mehr bescheid als nächstes haben wir wo ich leider noch ich habe mal nach dem ersten paar nach dem ersten spiel teil geguckt auf amazon der kostet 97 euro ich hoffe ich krieg den irgendwann nochmal für den nintendo switch weil der erste teil nur für den nintendo switch erschienen ist und zwar haben wir hier den zweiten teil von octopath traveler 2 bin ich gespannt drauf ich habe mich da auch noch nicht ich weiß dass ein rollenspiel ist ganz klar als nächstes haben wir ich weiß nicht ob ich das jemals irgendwann mal streamen kann denn lohnt sich auch erst wenn man ein squad unterwegs ist ähnelt sehr stark würde ich mal sagen wie battlefield nur in hardcore und zwar handelt sich um hey let loose das habe ich schon seit längerem auf meiner liste ich habe es installiert ich habe es auch noch nicht gespielt weil man muss sehr stark mit mit den team kommunizieren man muss gegner anpingen zum beispiel wenn panzer unterwegs ist damit die bescheid wissen und so weiter und so fort also ist ein sehr krasses team spiel und deswegen will ich das auch erst spielen wenn ich da irgendwie mal ein squad zusammen habe mit denen ich das dann halt spielen kann und bei streamen weiß ich eben halt nicht ob das funktioniert weil man müsste halt erstmal die regeln der server durchgehen weil einige wollen das glaube ich auch gar nicht dass man auf den servern spielt und gleichzeitig streamt deswegen da muss ich mich erst mal rein fuchsen ob das auch alles möglich ist weil man hört ja wie gesagt auch die anderen verbündeten wenn die mit ein labern ist dann halt schwierig aber es kann ja sein dass irgendjemand sagt nee ich will nicht dass das dass ich oder dass meine stimme auf youtube geteilt wird oder sonst wo deswegen da muss ich mich erst mal rein gucken weil ich denke mal das wird auch super spaßiges spiel der jason zum beispiel mit denen ich ja zusammenarbeite hin und wieder mal der hätte auch sehr großes interesse mit denen ich mal ein bisschen drüber geredet ja das wäre super als nächstes haben wir iron harvest in der complete edition ist so eine art erster zweiter weltkrieg verschnitt mit max ja ist auch mehr als recht ein konsolen port aber der scheint ich habe mir ein paar videos schon mal dazu angeschaut und sieht ganz interessant aus also mit diesen ersten zweiten weltkrieg setting hat mich das schon ein bisschen gepackt muss ich sagen so weiter geht's als nächstes haben wir ja ok ich habe so gut ich habe mich endlich zu durchführung diese army man spiele langsam mal alle ranzukriegen als erstes haben wir army man operation meltdown soweit ich weiß und die spiele die mich halt von der armen reihe interessieren das erste war ja eigentlich nur so ein strategie spiel auf dem pc glaube ich jedenfalls das juckt mich überhaupt nicht mir fehlt halt noch eins das ist army man air attack 1 für die ps1 weil das war momentan leider nicht verfügbar weil das hätte ich noch gern so als nächstes haben wir army man 3d als nächstes haben wir army man land sea air ja das letzte army man spiel kommt dann noch so was auch noch recht günstig war wo ich auch noch hoffnung habe dass das langsam endlich mal ich habe es aber noch nicht gespielt weil der zweite teil hat mich schon so interessiert dass ich mir den mal gekauft habe mit dem also um das mit jemanden anderes den ich damals mal auf youtube kennengelernt habe aber der sich dann irgendwie nach nach einer zeit nicht mehr gemeldet hat leider wie es ist g2 zu spielen aber das war eben halt auch so dass man das nicht in online spielen kann nur über umwege jetzt hätte man die möglichkeit mit g3 aber die die resonationen dazu sind ja sind ja auch relativ durchwachsen würde ich mal sagen weil es hat wahrscheinlich noch einiges an problemen hat mir aber übrigens in dieser box auch nur 15 euro gekostet weil im store ist das weitaus teurer und deswegen habe ich dann gleich gesagt das nehme ich mit fertig weil so viele pc spiele kaufe ich ja mittlerweile gar nicht mehr in so als die cd form weil es ist ja auch immer mehr an aussterben dass man in laden geht und pc spiele kauft das ist ja mittlerweile durch steam und co wenn die das irgendwann alles einstellen dann glaube ich dann sind die läden bald frei von pc spielen und verkaufen hauptsächlich nur noch 7 gut haben und sowas ja so als nächstes das ist das spiel was ich mir heute noch gekauft habe in eigentlich gehe ich ja gerne müller meine videospiele holen weil die meistens so expert relativ günstig sind weil das sind dann meistens immer so 10 20 euro unterschied je nach spiel und langsam gewöhne ich mich an expert und expert gewinnt bei mir immer mehr sympathie punkte was auch die spiele angeht denn im müller habe ich dieses spiel was ich gleich zeige für noch vollpreis gesehen für 64 noch was und wo ich dann expert mal war und habe dann mal so ein bisschen durchgeschaut und so da war dieses spiel für die hälfte also ich sag mal so 30 euro minimum ich habe dafür also 30 euro unterschied und ich habe für das spiel 34,99 bezahlt und es ist auch ein releasetitel und zwar darauf habe ich auch sehr bock weil ich letztes jahr zu weihnachten den vorgänger durchgespielt habe habe ich sehr genossen werde ich denke mal auch in der nächsten umfrage dann mal mit reinpacken wenn wir es nicht so durch haben weil da habe ich auch bock drauf das nochmal zu spielen und vielleicht sogar auf 100 prozent das weiß ich aber noch nicht und zwar handelt es sich um ich habe auch richtig ausgesprochen ja weil das interessiert mich auch von der story her ich habe da auch noch nichts gar nichts gesehen also da habe ich mich auch wirklich wieder dazu durchgerungen kein keineswegs irgendwie let's play mäßig irgendwas anzuschauen irgendwas wollte ich nicht weil das ist so ein spiel das kann man ich sag mal locker mal so für sich durch spielen und sowas ist jetzt auch wie gesagt der vorgänger der war jetzt auch nicht sonderlich schwer würde ich mal sagen und so an sich auch wenn man gut dabei ist auch nicht so lang so als nächstes haben wir das wollte ich eigentlich einen laden kaufen hatten sie aber leider nicht musste ich mir über amazon bestellen und da wusste ich halt nicht dass es ein steelbook dazu kam ich zeige euch mal das steelbook und zwar handelt sich um tactics or reborn ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen man sieht es nicht so richtig richtig schönes steelbook ja ist so ein rollenspiel tactic spiel ich vergleiche es gerne mal mit so was wie fire emblem aber aber ja wo ich mal reinschauen hoffe ich mir aber auf jeden fall auf jeden fall vier square enix ist sowieso momentan wenn es nicht final fantasy ist sehr auf dem absteigenden ast man hat es ja gemerkt mit babylons fall marvels avengers was ja auch nicht gerade toll war wo ich mir auch noch ein überlegen bin mir das irgendwann mal zu kaufen marvels avenger aber ich weiß nicht also selbst 20 euro sind mir dann noch zu viel wenn ich überlege dass jemand wie hulk irgendwie boni kriegt wenn da halt irgendwie keine ahnung bestimmte handschuhe und sowas also ich weiß nicht also wenn wenn es wenn sie es mehr gemacht hätten wie so ein rollenspiel mit level ups und sowas und dann auch noch die rüstungs ja keine ahnung also da war auf jeden fall mehr drin square enix was los bei euch als nächstes haben wir das wollte ich eigentlich auch wo ich das letzte mal in der stadt war mitnehmen in müller da war es auch ausgepriesen für 9.30 euro oder 35 euro habe es mit an die kasse genommen er zieht es drüber und sagt mir da ist der falsche preis drauf es kostet normal 64 noch was nee da habe ich gesagt nee dann lasse ich das da und hab dann im laufe der zeit dann halt gesagt ach willst du es doch willst du es doch und dann habe ich gott sei dank nochmal bei amazon reingeschaut und da war es dann für sage und schreibe 34 99 und da habe ich dann einfach zugeschlagen und es hat auch sehr gute kritiken abgekriegt und da hoffe ich mir auf jeden fall noch ein bisschen was und zwar marvels midnight sun in der enhanced edition da freue ich mich drauf so jetzt haben wir das einzige nintendo 64 spiel ihr wisst ja ich habe eine nintendo 64 mittlerweile die aber zu der zeit nicht nochmal an war ja und zwar dieses spiel wurde damals also ich hatte damals eine videokassette wo so trailer und sowas von der n64 spielen drauf war und wo die n64 ein bisschen vorgestellt wurde ja und da war dieses spiel wurde auch kurz gezeigt und das hat mich auch schon ja sehr interessiert dieses spiel und zwar handelt sich um ich hoffe ich sage es richtig mischief makers habe mir aber auch sagen lassen dass es nicht wirklich einsteiger freundlich ist aber mich hätte das spiel einfach interessiert ich habe es aber auch noch nicht ausprobiert muss ich dazu sagen aber ich bin da sehr positiv weil alleine das modul sieht schon fast wie geleckt aus also da gehe ich auch davon aus dass es funktioniert so jetzt kommen wir zu den letzten armament spiel und zwar armament air attack 2 da erhoffe ich mir einfach äh dass es ein bisschen anders ist wie auf der ps2 weil armament search heroes 2 unterscheidet sich auch sehr stark von der ps1 version und äh ja deswegen hoffe ich mir in air attack 2 auch ein bisschen mal was anderes so und jetzt eins meiner highlights oder schon das highlight würde ich mal sagen wo man halt nicht sehr sehr schnell rankommen würde würde ich mal sagen natürlich gibt es noch einen ersten teil den habe ich mittel auch so gut wie gar nicht gesehen muss ich dazu sagen so gut wie gar nichts und zwar handelt es sich um tenchu 2 ja tenchu 2 weiß ich nur dass es halt vor tenchu 1 spielt wo eben halt ayami und rikimaru noch in diesem ninja dorf ausgebildet werden weil in teil 1 waren sie ja schon ausgebildet ähm ich habe es auch noch nicht gespielt wo ich dazu sagen ja das waren meine neuheiten ja ihr könnt ja gerne mal was in die kommentare schreiben äh ob da irgendwas dabei war was euch interessieren würde ne äh ich bin jetzt aber auch noch dran weil einer hat mal sich gemeldet wegen einem bestimmten let's play wunsch oder als stream wunsch äh das habe ich aber nur für die ps2 ich bin dran das mir noch zu besorgen keine sorge weil da habe ich auch irgendwie bock drauf das mal anzufangen zu spielen äh ja und äh lasst uns einfach mal über diese spiele diskutieren die ich gezeigt habe ob was dabei war was euch interessieren würde so alt gerade die ps5 und ps4 spiele als stream ja dann wäre es auch mit dem video ach ja und äh wie gesagt heute abend äh fortnite ihr kennt das ja samstag abend ist fortnite time und äh morgen zum sonntag 14 uhr machen wir äh resi 3 remake weil wie gesagt das kriegen wir in einen stream durch und äh ich habe die kommende woche eh spätschicht da habe ich genug zeit selbst wenn es ein bisschen länger geht ähm ja wie gesagt resi 3 remake morgen 14 uhr aber das sage ich auch nochmal im stream ja da bedanke ich mich dass ihr zugeschaut habt und wie gesagt äh kommende woche werde ich mich dran setzen wieder mal äh fable aufzunehmen und dann ähm das hoffentlich auch demnächst irgendwann zu beenden in dem sinne haut rein leute und ciao